A-A-T-T-T A-A-T-T-T Im Optimalfall bleibt keiner liegen Leben auf dem Drahtseil, das 187 Läuft es optimal, mach ich heute Nacht meinen Schnapp Hab heute in V8 und mach die Beute wieder plant Ich gebe alles aus, alles Schall und Rauch Mach mich zum Präsidenten, was die Merkel kann ich auch Schmeiß die Schlampe raus, Cannabis wird legal Und für Bus und Bahn brauchst du gar nix zu bezahlen Optimal Lass die Blasen, will kein Kuss von dieser Schwampe Denn die Wirklichkeit sieht anders aus, der Großtreib dich zur Tanke Nein, ich rede nicht, ich lande, dieser Benz hier ist bezahlt Und ja, ich liebe mein Papa, doch 50 Cent war für mich da Wie sich die Schwappen haben ein Presto-Klammer Bisschen fest zu ballern, ballern wie ein Presto-Tammer Bin immer offen für Versicherungsbetrug Wer vergiftet unsere Jugend, ich hab nix damit zu tun Deutschlandröpp liegt auf dem Rücksitz am Verbluten Bring ich ihn zum Arzt, oder drück ich ihm ne Kugel Und sie sagen, Jesus ist zu vergift, ist unsere Jugend Doch im Optimalfall hab ich nix damit zu tun Aber Deutschlandröpp liegt auf dem Rücksitz am Verbluten Bring ich ihn zum Arzt, oder drück ich ihm ne Kugel Und sie sagen, Jesus ist zu vergift, ist unsere Jugend Doch im Optimalfall hab ich nix damit zu tun War ein paar Monate einsam, bin wieder zurück auf der Leinwand Trinke Weinbrand aufm Freigang, bitte sagt mir, woran soll ich scheitern? Es geht weiter, immer weiter Sag mal, habt ihr mich alle vermisst? Digga, schatte, fuck up, jetzt komm ich Mache Schnapp und verpacke das Gift Schnapp! Elek! Alles was zählt, ist hier immer noch Bares Verlierer des Tages, Gewinner des Jahres, die Stimme der Straßen Ein Leben ist das zwischen Autos, Scooter und Haftstrafen Tagsüber draußen, die Cookies am Ballern und abends dann wieder im Knast schlafen Neue Schuhe kaufen, durch die Stadt laufen, großen Pogen und die Kackhaufen Stichprobatige Pistest, also nix ist mit Haschrauchen Ich fühle mich gut, ich bin fast draußen, die Seiten sind frisch rasiert Profitiere von Menschen, die Taschen brauchen Weil es mich nicht interessiert, hab nicht studiert, auch nix gelernt Doch brauch jeden Monat ein Tausender mehr Tausender mehr? Ein Tausender mehr, ich auf der Couch und die Frau hinterm Herd Digga, so viele neue Gesichter, aber die Spaß, die können nicht rappen Also bringen wir ihn jetzt noch ins Krankenhaus oder lassen wir ihn einfach verrecken? Deutschlandröpp liegt auf dem Rücksitz am Verbluten Bring ich ihn zum Arzt und halte ich ihm ne Kugel Und sie sagen, Süß ist zu vergiftet und zu schugen Doch im Optimalfall hab ich nix damit zu tun Im Mai ist unsere Bewährung vorbei Sag jedem von deinen Kollegen Bescheid Bald ist es soweit, wir sind hungrig und rei Im Mai ist unsere Bewährung vorbei Seid ihr bereit für den Freitag? Was ist dein Triebe, der 20. Mai? Tschüss ist unbohnt sein und hungrig zwei Und sich zweit, 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 und